und willkommen zurück zu florencia endlich mal wieder ich habe jetzt einmal auf level 61 gelevelt hat ganz schön gedauert so lange dass mir sogar die patronen ausgegangen sind und jetzt habe ich endlich neue quests die sind mir gestern nicht angezeigt worden keine ahnung warum aber ich bin froh dass sie zumindest jetzt angezeigt werden so zweimal irgendwas unwichtiges und einmal hoffentlich was gutes sagt ja das schaut doch gut aus einmal dann haben wir hier ok und dann ist wieder ist klar schauen wir kurz hier hin ich muss nämlich munition kaufen hier für mein piu piu kaufen hat grünchen zack sollte reichen wieder mal ein bisschen schauen wir da rein ich habe jetzt hier hose handschuhe schuhe gefunden bei den schuhen muss ich noch upgraden und ich glaube das mache ich jetzt gleich aber vorher nein nein das mache ich jetzt erst schmied genau hier als upgrade so einmal die schuhe da das ist level 61 aber hier gar nicht so viele sachen die dafür geeignet sind und das gleiche spiel noch mal zack warum die tafel immer raus fliegt das verstehe ich nicht dann level 2 und ein upgrade können wir noch machen damit es noch safe bleibt hallo hallo mensch es wenigstens funktionieren wird ach komm schon jetzt habe ich keine mehr ja hilft nichts dann habe ich da leider nur zwei upgrades drauf aber das reicht ja auch ein bisschen also naja doch passt ausweich rate habe ich genügend das andere lasse ich jetzt raus weil ihn könnte ich noch entsiedeln hier wenn ich genügend von denen hätte wenn ich genügend von denen hätte fällt mir gerade so auf aber moment einmal kann ich nicht habe ich nicht irgendwo zwei position oder gehen das irgendwie das habe ich aber man konnte doch moment ich habe ich glaube ich habe da glaube ich was gesehen ah da sind die perlen aber ich glaube ich brauche eher die als die schauen wir doch einmal hier hier barkeeperin moment es geht mir zu langsam zack und zack dann barkeeperin ich brauche die grade 3 also die hier die reichen nicht dann schaue ich doch einmal um ob es da welche angeboten grill gibt angeboten zwölf stück brauche ich dann kaufe ich mir nämlich die schnell aber ich schätze mal nicht shopliste es gibt perlen aber nicht die die ich brauchen das ist meins okay das ist jetzt nicht so geil leider naja ansonsten habe ich hier keine quests mehr jetzt muss ich hier oben den auffrischen mal wieder ausgerüstet ist fast alles jetzt ist alles ausgerüstet ja und dann einfach mal questen jedes mal wieder jedes mal rück ich aufs falsche da jetzt aktiv die kann ich auch aktiv machen es ist doch gut perfekt dann machen wir uns auf und besiegen ein paar und diesen hier also ich habe mit den rumors und den angry rumors glaube ich 70 prozent gefahren ja 60 bis 70 prozent er formt das war vielleicht anstrengend also ich glaube ich brauche nur die angry kann es sein ja schauen wir doch runter zu den angry dingern da muss ich mich erst freikämpfen durchkämpfen aber jetzt treffen sie mich nicht mehr so häufig wie wo ich level 60 war das ist erstaunlich erstaunlich und ich habe übelst viele rumus binger bekommen wenn ich sie finden würde ja 49 stück das ist eine hausnummer sag ich das ist eine hausnummer das ist eine hausnummer geben mir nicht die items die ich brauche dann hoffe ich dass das jetzt dann die bösen die die wütenden machen dann gehen wir mal da rum Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die hauen dann schon wieder ein bisschen besser rein als die normalen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber es sind zum Glück ein paar böse da oder wütende. Okay. 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 So, kurz ausruhen. Okay. 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 Jetzt muss ich dann lesen, wo ich die Dinger herkriege, weil anscheinend kriege ich sie nicht von diesen hier. Oder die sind ultra selten geworden. So. Eine Questche abgeschlossen. Das geht mir aber ein bisschen zu schnell, weil hier unten bewegt sich fast nichts auf der Leiste. Okay. 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 eins noch so überlebe ich den noch doch schon oder ganz knapp und der droppt nix ist klar ich muss das mal deaktivieren so 300 schuss schon verballert und gerade mal 4% xp gemacht so